Willkommen! Und heute gibt es einen leckeren Bauerntop. Die Zutaten, die wir heute benötigen, sind Öl, Hackfleisch, 500 Gramm, 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Paprikaschoten. Am besten den Dreiermix in verschiedenen Farmen. Zwei Möhren, 400 Gramm Tomaten, also die stückigen aus der Dose, 300 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Gramm Schmand, Tomatenmark, 2 Esslöffel Reichen, 1-2 Prisen Zucker. Salz, Paprikapulver, 250 Gramm braune Pilze, paar Tiefkühlkräuter, wie zum Beispiel Petersilie oder so ein Kräutermix. Drei Stück Knoblauchzehe habe ich jetzt benutzt und eine große rote Zwiebel. Das Gemüse natürlich waschen, die Kartoffeln und die Möhren schälen und dann können wir loslegen. Let's go! Und jetzt schneiden wir die Kartoffel in Würfeln. Paprika entkehren und nochmal richtig gründlich auswaschen. Die Paprikas in Streifen schneiden. Die geschälten Karotten in Scheiben schneiden. Die gewaschenen braunen Pilze auch in Scheiben schneiden. Die rote Zwiebel schneide ich in dünnen Streifen. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich würde euch noch empfehlen das Hackfleisch zu würzen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauch, entweder frischen oder Granulat. Nehmt hierfür einen großen Topf, macht ihn schön heiß, 1-2 Esslöffel Öl. Ich nehme Olivenöl. In dem heißen Topf könnt ihr nun das Hackfleisch reinmachen. Die Herdplatte habe ich bei mittlerer Hitze erwärmt. Und jetzt den frischen Knoblauch hineingepresst. So, das Hackfleisch brutzelt vor sich hin, ist ja schon halb durch. Und das hat ungefähr 1-2 gefüllten Minuten gedauert. Ich habe die Zwiebeln hinzugefügt und jetzt auch die braunen Champignons. Und wartet bitte wieder eine Minute ab. Vermischt alles schön und eine weitere Minute anbraten. So, das Hackfleisch ist jetzt auch durch. Und jetzt könnt ihr die gestückelten Tomaten aus der Dose hinzufügen. Dann kommen noch 2 große Esslöffel Tomatenmark rein. So, ganz entspannt die Herdplatte etwas niedriger setzen. Schön umrühren. Und weiter geht's. Die Karottenscheiben hinzufügen. So wie auch der bunte Paprikamix. Und dann die Kartoffelwürfel. Alles verrühren und unterheben. Die 300ml Gemüsebrühe hinzufügen. Und jetzt zum Würzen. Etwas Salz. Etwas Pfeffer. Mir mache ich 1 Teelöffel Zucker. Etwas Paprikapulver. Rosenscharf. Und jetzt einfach den Deckel drauf. Und bei mittlerer Hitze 40 Minuten köcheln lassen. Nach 40 Minuten den Deckel abnehmen. Und nochmal 10 Minuten köcheln lassen. Damit die Flüssigkeit reduziert wird. Und natürlich könnt ihr nachwürzen. Aber vergesst nicht zu probieren. Das leckere Süppchen ist fertig. 1 Löffel Schmand und Chili-Pulver über das Essen gestreut. Und natürlich 2 Scheiben Brot. Mein Schmand habe ich natürlich mit Kräuter verziert. Was sagt ihr? Seid ihr mehr für Tiefkühl oder frische Kräuter? Schreibt es in den Kommentaren. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das nachkocht. Natürlich könnt ihr weitere Zutaten hinzufügen. Wie zum Beispiel Bohnen. Zucchini. Aubergine.